Was brauchst du? Ich möchte gern ein Foto mit mir und dem Geburtstagskind. Wer hat denn Geburtstag? Geburtstag hat der beste, erste Trompeter aller verdammten Zeiten. Aller verdammten Zeiten. Mit Namen? Der heißt Al Pacino. Nee. Und der kann das. Ich gebe mir noch einen, der das ähnlich gut kann. Und das ist der Herr Jung. Schnupi, wie Vornamen. Jung heißt der. Den geht's auch noch. Und der sitzt da. Jetzt gehen wir doch mal rüber. Ja. Und wie du wieder rumläufst. Wie ich wieder auswähle. Well, congratulations. It was day before yesterday, right? I thought it was today. No, but your birthday was day before yesterday, right? May 14th. May 14th today is May 17th. Three days before. Sixteen. Sixteen. Well, congratulations. Congratulations. Well, you know. Film, du musst dich bewegen. The most important thing is playing on the beats. So, I'm schlag. If you got quarter notes, they're right on the beat. One, two, three. Keine spende. Nix. And then a hot one, maybe. Get beat. Zip. Boah. TNT. Beat the blues. Auf. Bum. Ich werde das dann noch rein gescheuert. Dann lücken wir das dann auch in den Zug. Ich werde 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 das dann auch in den Zug.